Aber, wie soll seine Schwester... Hä? Wie soll noch die Schwester von... Ich hab doch auch noch... Ich hab doch noch kurz... Hier steht noch, next task is to find Piggy. Aber wie soll noch seine Schwester helfen? Komm, lauf jetzt weiter, hüpf weiter. Ja, aber es kommt doch erst später. Oh. Nein! Ich bin auch noch... Nein! Und ich bin in... ... in ein Ding reingefallen. Und ich bin nicht gestorben. Noohohoho. Da hilft nur eins. Uso. Oh Mann, das ist so eklig hier. Oh, ich muss da wieder hoch... ...laufen. Fuck! Ich bin auch untergefallen. Und gestorben. Oh, du bist gestorben. 1 zu 0 für dich. Ja, sterben kann ich ziemlich gut. Ah! Weißt, was jetzt passiert ist? Du bist so... ... in Spinheads reingefallen und nicht gestorben. So wie es mir auch grad ging. Nein! Nein! No! Fuck! Okay. Ich bin grad an dir vorbei gefahren. Ja, die Leitern sind für uns Nukes gar nicht so einfach. Leitern sind meine Stärke! Oh, Entschuldigung. Ich halt Abstand. Entschuldigung. Entschuldigung. Hey, du darfst. Entschuldigung. Nee, spring! Nee, spring! Komm! Du wartest jetzt kurz. Ja, okay. Darf ich jetzt? Ja. Oh, fuck. Oh, das war knapp. Oh, oje, oje. Meine Finger sind zu schwitzig, meine Finger sind zu ver... Oh, ich... Eh? Nein, nein! Ja! Bei Tobi, wenn ich gewusst hätte, dass das eine Jump Map sei, dann hätte ich nie mit den Scheiß mit angefangen. Oh, ich... Ja, das stimmt jetzt aber auch nicht. Oh, du fluchst aber auch. Ich bin so ein Anfänger, Alter Vater, das gibt's ja gar nicht. Und das Beste ist, dass ich da reingefallen bin und nicht sterben werde. So mag ich das. Huh! Ich bin oben. Ernsthaft? Ja. Ah ja, weißt du, der eine kann's halt, der andere, der kann's auch, aber halt nicht so gut wie der andere. Boah, ah, eh, eh, eh. Ha! Skeleton Skull. Hoffentlich gibt's dann... Bitte gibt's dann mehrere Wege als nur einen. Warum schaffst du das jetzt? Das kotzt mich an. Ich wünsch dir auch viel Spaß bei der nächsten Quest. Wenigstens kann man dabei nicht sterben, aber das kann lange gehen. Ah, hier sind... Lass mich jetzt da durch! Verdammt! Der Scheiß... Äh... Hä? Hä? Nein, falsche Richtung. Nee. Da. Da. Muss. Da. Hin. Huh. 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 Oh Gott, ich hab's auch geschafft. Gott sei Dank. Lass mich grad mal hier jetzt runterhüpfen, das ist eine ganz blöde Idee und ich komm nicht mehr hoch. Ich kann wetten. Da oben sollte man ganz dringend mal Staub saugen. Oder wischen. Oder whatever. Nein, das war so ein Fehler hier runter zu hüpfen. Wieso hieß er wieder hochkommen? Oh mein Gott, Map-Ersteller. Wieso? Ah, hier ist übrigens das Bild. Von der anderen Seite. Aha. Okay. Ich hab' den Truhe gefunden. Ja, ich auch. Ich bin unter dir, glaub' ich, oder? Lickst du wieder unter mir? Ja, in zwei Toren weißt du, wo ich bin wieder. Ach, scheiße. Ich will dich teleportieren, Schatz. Hm. Ich überleg' halt, wie ich das Problem löse. Boah, das Labyrinth hab' der gar nicht geholt. Na, ich nehm' noch die Skulls mit. Alter. Muss der komplett durchlaufen? Ähm, ja. Und du darfst bitte nicht zwischendurch mal runterhüpfen, so wie ich das gemacht hab'. Okay. Aber sonst hüpfst du runter und bist unten. Äh, echt? Sagst du nicht. Jakob, du bist so klug. K-L-U-K. Mhm. Gerne. So. Ich lass' nochmal ne Truhe. Ich geh' jetzt einfach mal mitten durch. Bist du ne Truhe oder bist du was anderes? Also gut, ich mach' das mit den Leitern grad' nochmal einfach. Geh' jetzt runter. Durch die Falltür? Doof Idee. Mach' das nicht. Okay, okay, okay. Vielleicht ist das auch der richtige Weg und ich war grad grad bloß doof. Hm, weiß ich nicht. Wenn, dann ist es ziemlich gemein. Weil dann kämpft man sich ewig durch und dann ist es einfach der Ausgang in der Mitte irgendwo. Ja, aber es ist auch so gemein, wenn man da runterfällt und dann merkt, oh fuck, da geht's gleich weiter. Ja, auch. Also eigentlich ist es, eigentlich ist es immer auch scheiße. Alter. Ach, hier gibt's echt nur einen Weg? Oh mein Gott. Boah, das nervt überhaupt nicht. Also ich muss sagen, das geht mir halt auch ein bisschen auf den Nüsche. Ich find das eigentlich ganz süß. Weißt du, weil wenn du, ne, wenn du halt äh, Basleitnier wärst, dann hättest du genauso Probleme. Weißt, auf dem Schrank hier oben. Der macht doch Staub nix. So klein ist er dann doch nicht. Na ja, das stimmt auch wieder. Da ist ne Trudy, hab ich nicht, äh, gelootet. Da war ich irgendwie zu faul für. Ich hab auch den Weg nicht hingefunden. Wenn du, wenn du da vorbeikommst und sie dich anlacht, dann schnackt zu. Ja, okay. Ist, äh, äh, ist sie grad irgendwie... Alter, ich lauf da mal rein, das gibt's doch gar nicht. Ich... Ich... Ne, da, da komm ich aber hier auch nicht dran, hä? Hä? Na doch hier da. Ja, da war ein, ein, ein Ske, ein Skeleton drinnen. Da ist auch ne Truhe. Hast du die Truhe mitgenommen? Äh, ich glaube... Dö, 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 dö. Oh mein Gott. Dö! Ne, die Truhe hast du nicht mitgenommen, aber ich scheiße jetzt auch drauf. Bübelnervig, diese Dinger... Ne, also, dass du mich da noch drüberhüpfen musst, das trete ich ja gar nicht ein. Das heißt, du hast jetzt kaputt. Checkpoint. Tja, ein paar Strings, willst du ein paar Strings haben? Da geht's noch ein bisschen runter. Hast du das Ding kaputt gemacht, Jakob? Nein, nein, hab ich nicht. Kannst du eine Aufnahme mehr anschauen, hab das... Finde ich aber nicht. Nein, ich hab das nicht gemacht. Kann ich mir eh nicht auch. Naja. Wer jetzt erst bei Piggy ist. Di, 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 di. Ich fliege bestimmt runter. Halt deine Maus. Das Skelett hat dein Maus. Hatsch ja verdient, hatsch ja verdient, muss man sagen. War nur ein Buch drin. Darüber haben wir uns gestritten. Erzähl. Warte, jetzt muss ich ja schon welches... Okay. Hier hat's ne Leiter auf den Elevator. Also... Obas, please help me. I ate Pizza, Planet Hogan, and now I'm sick. Please remove it from my stomach. Habe ich schon gemacht. Äh... Upsala, ich bin runtergefallen. Waren wir schon? Ah, hier waren wir schon mal, oder? If you have completed all quests in the kitchen and found as many points as you can, the basement is open for you. You can use elevator or ladder to go down. Ach, so ein Basement hat doch die Dinge gesagt. Richtig, deswegen meinte ich, dass man hier alles zu Ende machen muss. Ah, ich verstehe. Hast du einen Elevator benutzt oder die Ladder? Ich bin runtergefahren, also Ladder und dann bin ich gefallen. Ach, da waren wir schon. Hätten wir auch Elevator nehmen können. Ah! Wo bist du? Ach, du kämpfst hier. Auf dem Stuhl. Frischer Stuhl. So. Ja, das finde ich gut. Frischer Stuhl. Ja, doch, wer mag das nicht? Bin der Jakob, ich hab mit Schneebellen. Und das und das und das und das und das! Das ist doch Basement ist zurück und dann links, ne? Äh, ich vermute es, ja. Wir haben es, glaube ich, fast schon. Oh, fast schon! Ich meine, es ist kurz vor knapp, oder? Oh, ich glaube, war nicht übernach vorbei. Ach, wir sind erst eineinhalb Stunden dabei, das geht ja noch. Ja, ich meine doch, Gottes. Ach, die Lampe ist ja auch geil, die hab ich noch gar nicht gesehen. Oh, ist ein Boom gemacht. Hat den Boom gemacht. Complete Quest in Kitchen first. Ich hab gerade mal eine Diamantschart weggeworfen, jetzt kannst du kurz warten. So. Ja, ich warte kurz. Ich schau nur kurz hinter die Tür hier. Ey, ich voll wüff von dir, ey. Mir tut meine Hand weh. Okay, hinter der Tür ist eh nur so ein Skeleton, den hole ich mir kurz. Okay. Brauchst du eh nicht, oder? Oh, hier geht's runter. Hier geht's runter. Oh, yeah. Hä? Wo geht's bei dir runter? Hier. Ah, du bist schon vorgerannt. Du, 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 du. Aua. Oh mein Gott, Lava. Das ist genau mein Ding, Lava. Und kühl. Okay. Ist nicht cool, dass die Basement Treppen, dass die quasi durchgängig sind, dass man hinten auch runterschauen kann. Hast gar nicht gesehen, gell? Ne. Ja, war mir wieder klar, weißt du. Du waschst hier durch die Map durch und schaust nicht mal die Aussicht an. Diese Ignoranz, gell, ist schrecklich. Na gut, dann gehen wir erstmal zu der Truhe, oder? Das ist ein Huhn. Ein Ei. Und so ein Witterding. Okay, das sind zwei Bücher gewesen. Welche muss ich als erstes lesen? Skirtbox oder Basement? Oh, und sorry, dass ich hier nicht gekommen bin, aber du weißt, dieses Ort ist zu schrecklich von mir. Good luck! Hat irgendjemand gesagt. Tyranus, ach so, der Rex. Ach so, das Spielzeugvieh. Der hilft uns ja normalerweise in jedem Raum, aber diesmal kam er nicht hin. Hier ist ein Checkpoint. Hi, Buzz. Du bist jetzt im Basement. Es ist das sehr schrecklichste Ort im ganzen Haus. Es gibt ein paar Quests für ein wirklich braveres Toil, wie du. Erstens, du musst einen Weg nach der Plattform finden, wo es einen Schäden mit Pizzaplanet ist. Der zweite Quest ist, um einen Weg auf den Schäden zu finden und zu retten zu retten. Der zweite Quest ist, um so viele Punkte wie du kannst. Und der letzte vierte Quest ist, um einen Weg nach dem Piggy, der mehr Punkte für dich hat. Also, Plattform, Schieb, Many Points, Piggy. Plattform, Schieb, Many Points, Piggy. Was für eine Plattform? Ja, da wo du gerade langläufst, denke ich mal. Hast du den Checkpoint aktiviert, ja? Habe ich sogar hier in die Lava reingefallen, oder was? Mhm. Wieso springst du dann rum und läufst nicht einfach? Ach so. Naja, ich verstehe schon. Die Gear packt dich. Natürlich. Dann schaue ich doch lieber hier auf die Kisten. Wollt ihr drauf gehen? Ja, hast du ja Erfahrung damit. Was? Was ist denn das hier? Was seid ihr für ein Trio? Wollt ihr mir ein Liedchen vorsingen hier drei? Komm. Komm, was könnt ihr singen, hä? Ich kenne nur das Lied des Todes, ja? Ich merke schon. Nein, das geht anders. Da. Da, 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 da. Dass du das Todes gibb. Nein, 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 nein. Nein, das was jetzt bei mir im Hintergrund läuft, ist das Lied des Todes. Wah- Umm. Warum ist sie auch nicht Lava? Versteh ich nicht. Weil das Haus ist Scary Plates Basement Haus Ich bin zwischen den zwei Boxen durch Ich glaube wir müssen auf die eine Box irgendwie drauf Da kommen wir aber nicht drauf Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie da In die Lava hüpfen Lava nicht Das ist der Ofen der ausgelaufen ist Ach so Hä und was ist das hier Für, 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 ne Viele Creeper Ich raff's nicht, ich komm mal rein Ich komm mal kurz So übel viel so So Dinger, übel viele, übel viel so Dinger Du hast Geländschädel oder was? Fuck, ich raff's nicht Das ist so ein Fehler Oh ich glaube das ist so ein richtiger Fehler Oh fuck Hier gewinnt der Tobi das noch Hä? Oh mein Gott Das ist grad so Hier sind klonen Hier sind klonen Einfach What the fuck Und, Alter Das meint ja nicht ernst Oh fuck Ich sterbe Ich auch Aber ich nehme so viel mit wie ich kann Nein Lass mich das Ding noch mitnehmen Ja Spawn mal kurz Dann schau dich mal oben Empfangskomitee Egal Einfach mit dem Schwert durchschnitzeln Ich renne einfach So macht es die Feiglige Seht wie ein richtiger Mann kämpft Okay Und dann flüchtet Ja aber ich hab lange durchgehalten Muss man schon sagen Ja okay Ja da drin geht's ab Aber es lohnt sich glaube ich Ich finde auch die Backsteinwand schon wie richtig geil Hast du überhaupt schon angeschaut Hast du gar nicht angeschaut Gell Ich merke schon Ich merke schon Äh Was bist du für ein kleiner Nupsi Was bist du für ein kleiner Nupsi Was bist du für ein kleiner Nupsi Ja Bist du für ein kleiner Nupsi Oh mein Gott Ich kann nicht mal die einfachsten Sachen springen Ey Tobi schaff's da rüber Bist eigentlich hässlich Oh mein Gott Hör jetzt auf zu brennen Da drüben hat es eine Leiter Da muss man hin Wo du bist oder wie Mhm Aber wir haben noch nicht da drüben alles mitgenommen Bei dem Äh Komischen Lohn Ding Ja ich mach das kurz mit dir Wir machen es gemeinsam Okay Tobi Gemeinsam Hand in Hand Du hast so viel Pfeil in deinem Körper stecken Ja Mann oder Keks Oh fuck Ah ich glaub du bist äh Da mach ich's alleine Da mach ich's halt alleine Wo musst du denn da rein Rechts rein oder so Da ist ne Tür ja Okay dann geh ich da mal rein Viel Spaß Tag schgrüßlinge Ach wegen dem bisschen Lohn da Bin ich eigentlich zu leise Nee Nicht oder Gut Ich muss so bedämpft liegen Bin ich gar nicht gewohnt Normalerweise schreie ich immer rum und so Hey Kollegahs Jaja da ist ja gar nicht viel los Ich geh Leo mal das hin Ich bin ich gar nicht mehr rum und so Ich bin ich gar nicht mehr rum und so Ich bin ich gar nicht mehr rum und so Ich bin ich gar nicht mehr rum und so Ich bin ich gar nicht mehr rum und so Ich bin ich gar nicht mehr rum und so Ich bin ich gar nicht mehr rum und so